Womit man gleich unten rauskam, wo der Kelch war. Das hatte ich noch so in Erinnerung. Also von da oben, oder wo wir eben hergekommen sind, hatte ich die Tür schon gesehen. Das hätte ich mal zeigen sollen, sonst glaubt mir hier wieder keiner. Na gut, gut, ich bin blind, taub und stumm und alles drei zusammen. Dann gehe ich jetzt wieder hoch und wir nehmen den normalen Weg nach oben. Wenn ich jetzt wieder hochkomme, ist ja auch noch so eine Frage. Ja, ganz toll. Jetzt habe ich mir wieder alles verbaut. Immer noch nicht. Genau, irgendwie hier müssen wir doch hochkommen. Da ist der Stumpen da. Aber dass ich das jetzt nicht finde, diese Tür, da war... Da ist sie! Da ist sie! Unmöglich, gut. Ich glaube, da wo ich es selbst gespielt habe, habe ich da dann so gemacht, angeklickt und dann Unlock eingegeben. Und schon war die Tür offen, aber das mache ich nicht. Ich cheate jetzt nicht. Ähm, im Let's Play. Ach, hier kommen ja immer wieder neue. Ach, der ist schon tot. Und wieder Tau mit Tau. Das müsste so laufen, dass ich jetzt... ... das Tau mit Tau nehmen muss. Ähm, falsche Register. Tau mit Tau. Das ist doch sowieso so grün. Das müsste doch auffallen da. Ich habe Tau mit Tau genommen, um den Donnerwurzbau zu betreten. Beim Gang durch den Baum muss ich vorsichtig sein, gut zu wissen. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, der muss sich noch anklicken oder so, aber er öffnet sich von alleine. Ah, hier gleich der erste Gegner. Das achte... Wer bist du denn? Ach, dich kann ich nicht benutzen. Dann gehen wir weiter. Der nächste. Tau, Tau und Gold. Und was Böses, glaube ich. Nein. Sieht nur so aus. Sind irgendwie rausgewachsene Wurzeln. So. Ähm, mitnehmen. Mitnehmen. Und schlagen. Autsch. 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 Und Autsch. Und jetzt schlag endlich. Ich bin getroffen. Ach, da hinten sieht man schon gleich die nächsten. Also, die grünen Schimmern, die haben Taumeltau im Schlepptau. Oder haben das genommen, oder leuchten wir auch so grün? Nö. Nö. Ich hätte jetzt gedacht, wir leuchten auch so grün, weil wir Taumeltau genommen haben. Ähm, die Wirkung des Taumeltaus ist abgeklungen. Und nun bekomme ich Entzugserscheinung. Ich muss entweder rasch zum Kelch der Umkehrung gelangen, oder mehr Taumeltau finden, um durch den Bau zu kommen. Ähm, okay. Was sind denn das für Nebenwirkungen? Ähm, wo war denn das? Das war hier. Nein, das war... Hier war das. Ach, das entzieht ganz schön was. Gut. Dann nehmen wir mal die Sucht. Nehmen wir das Suchtmittel. Was für einen Zauberspruch haben wir dazu bekommen? Ähm. Wut. Achso, wir müssen weiter nach oben. Segen von Mania. Egal. Egal. Wo müssen wir denn... So, da kommen wir her. Und lang müssen wir nach da. Ich würde sagen, wir müssen hier... Stopp. Jetzt bin ich mal kurz hier... Überlegen. Müssen wir da lang? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind hier total falsch. Okay, total nicht, aber... Richtung ist falsch. Ja, wir müssen erstmal hier hinkommen und dann links da runter. Ja, gut. Man lernt immer was dazu. Also müssen wir uns doch hier durchkämpfen. Obwohl, hier sind ja im Moment keine Gegner. Zum Glück. Ähm. Hier müssen wir runter. So schnell lässt die Wirkung nach. Das ist ja... Scheiße. Dann müssen wir so viel Taumeltau nehmen, wie wir können. Fast vielleicht da runtergerutscht. Und da müssen wir, schätze ich, runter. Wir hätten uns, glaube ich, auch vorbeischleichen können. Deswegen steht ja hier hinten so eine Ecke, aber... Lieber Fertigkeitspunkte und Skillpunkte dazu. Kämpfen. Ähm. So. Gut. Sie schießen sich sogar schon selber hier ab. Der hat uns nicht bemerkt. Gut. Gut, das heißt dann wohl, Zauberspruchliste halt hier bei den Entzugssachen hinzugefügt. Nehmen wir wieder Taumeltau. Gut. So. Was haben wir denn hier oben noch? Wir haben da einen Gegner. Und da einen Gegner. Und dann sind wir so weit durch in dieser... Hey. Oh, der andere hat uns noch nicht bemerkt. Oh, daneben. Au. Au, au. Und noch ein grüner. Wenn wir den angeschlagen haben, dann... Ne, doch nicht. Ich dachte eben, wenn wir ihn angeschlagen haben, verliegt... ...verliert er sein Grün. Und schon wieder lässt die Wirkung nach. Auge des Wächters. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... ...dahin. Genau. Hier sieht es sehr... ...sehr wässerig aus. Sagen wir es mal so. Oh mein Gott. Sind wir klein. Das kommt, glaube ich, nur vom Wasser. Die laufen auf dem Wasser. Oh mein Gott. Oh, der hat einen Stachel. Okay, dafür... So viel ziehen sie nicht ab. Also große... ...oder schwere Gegner sind sie nicht. Das ist dämliche Taumeltau hier. Ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen besser portionieren. Sonst... ...sind wir bald alles los. Achso, das macht das. Ich dachte schon, das... ...ist irgendwie ein Viech... ...da lang. Bestimmt sind wir wieder... ...total... ...falsch. Ich glaube, wir sind das. Oder warte. Da geht es doch da unter und nicht daran. Wir gehen doch... ...wir gehen lieber hier lang. Nachher gehe ich wieder den halben Weg zurück... ...und das ist umsonst. So, ich gehe hier lang. Spaßeshalber. Und komme bestimmt in eine Sackgasse. Na, ganz so schlimm nicht. Oder doch. Die hat uns nicht bemerkt. Und hier ist eine Bernsteinader. Mit Bernstein. Hätten wir jetzt alle nicht gedacht. Oder das Bernstein. Nicht Bernsteinader. Nicht Bernsteinader. Was das für Pflanzen sind, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt gedacht, die... ...hätten irgendwas. Gut, da unten waren wir vorher bei dem Wackeldackel da. Ist das bestimmt giftig, ne? Ach, das ist ein... Ach so. Und ich gehe da immer vorbei. Weil ich dachte, das ist giftig. Und dann kriegen wir... Ja, das hätte mir auch einer sagen können. Der wackelt auch so. Irgendwie ist das, glaube ich, eine Krankheit im Tod. Gehen wir mal hier lang. Und da ist der Nächste. Und seitlicher Schlag. Und wir werden geschlagen. So. Und noch einmal. Da fehlt immer der Sound der Heilung irgendwie.